Wladimir! Hey, Wladimir! Bist du im Winterschlaf? What? Huh? Was? Wie spät ist es denn? Es ist Zeit zu starten! Es gibt ein Polarlicht! Wir gehen auf eine wissenschaftliche Mission mit der Polaris! Polaris, los geht's! Wir verlassen die Atmosphäre! Sie ist wirklich sehr dünn im Vergleich zur Erde. Das war ein Meteorit! Wir wurden getroffen! Die Backbordseite ist beschädigt. Beim großen Stinkefisch. Das sieht ernst aus. Wir müssen sofort landen! Check die Geräte! Ich heiße Lucia. Ich kümmere mich um euch seit eurem Unfall. Kommt, ich habe eine Frage an euch. Könnt ihr mir erklären, was euer U-Boot in meinen Petunien macht? Aber wir hatten einen Unfall. Ein Meteorit traf uns mitten im Flug. Ein Meteorit? Ich träume davon, einen zu finden. Ich liebe Steine. Dann lasst uns nach Meteoriten im Weltraum suchen. Hey, das ist nicht einfach. Er hat nicht die gleiche Schwerkraft wie die Erde. Dieser Raumanzug ist großartig. Danke, Wladimir. Oh, warte mal. Das Beste hast du noch gar nicht gesehen. Du meine Güte. Ich habe nichts kommen sehen. Kein Lärm, keine Explosionen, keine Sternschnuppen. Lasst uns ein bisschen von den kleinen Asteroiden nehmen, sodass wir ihn analysieren können. Ich habe eine Idee für ein Experiment. Ich glaube, wir haben es total vermasselt. Endung. 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 Vielen Dank.